Dann superschönen guten Tag liebe Leute, das sind wir wieder beim Structure Deck Clash mit Niko. Wuhuuuuh, heute spiele ich die Drommelwirbel. Die... Ja, was erwartest du? Kuribu OTK. Richtig. Oh fuck! Das ist eine Edemion Engine. Ja. Nein, Niko spielt natürlich Order of the Spellcasters. Nein, Indybion. Oh mein Gott, die Karte ist so ikonisch für mich. Damals in dem originalen Edemion Structure Deck, da war die Karte drin und die war damals wirklich eine meiner Lieblingskarten vom Effekt her. Auch wenn das Artwork so meh ist, aber ich verbinde sehr viel mit dieser Karte. Okay. Und ich spiele natürlich Rocket Revolt. Oh Gott, diese ganzen Effekte. Okay, ähm... Boreal Supplier. Okay. Das ist eine Karte. Ach, jetzt kriegst du eine C-Marke, da war ja was. Ja. So, kann ich irgendeinen von euch irgendwie specialen? Äh, nein? 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 Nein. Nein. Nein, das kannst du... Aha. Äh, ich denke, ich will deine Karte nicht durch Kampf zerstören. Wir machen das erstmal so. Okay. Ich habe übrigens absolut keinen Plan von Rocket. Ich habe dieses Deck noch nie in meinem Leben gespielt. Nee. Ah, shit, Mann. Okay. Ich mache Sachen. Ja, weil die ist da auch drin. Ja. Jetzt kann ich dich nämlich aktivieren. Warte mal. Und ihn specialen und einen von der Hand specialen. Okay. Oh, stimmt. Die mythischen Ungeheuer sind da ja auch drin. Oh, fuck. Äh. Oh, fuck! Okay. Wenn der gespecialen wird, darf ich zwei Karten wieder auf die Hand zurückgeben. Wait, what? Ja, das ist besser als ich schon. Ach, zwei Monster. Ah, okay. Ja, zwei Karten. Okay. Ey, ich fühle mich jetzt gerade nicht mehr so wohl mit damit hier. Ah, es fängt wieder genau an wie beim Großer-Lamander-Structure-Deck. Ja, ja, irgendwie schon. Aber das ist doch nicht schlimm, oder? Doch. Weil ich kann nicht wirklich viel mehr machen. Meine Hand ist nicht wirklich gut. Ähm, you can remove trees back on from this card special and boost this card... Ach so, ne, Monster-Fact. Ja. Ja, das wäre so... Ist this card special? Wenn this card versus back on is destroyed by bad, you can add one to the demon card from the deck to your hand. Okay. Ich, ich, ich... Das wäre sehr, sehr traurig. Ich denke, ich spiele es einfach dich. Okay. Und töte deine Magierin, weil ich nicht... Ich meine, klar, du kannst einen Hexer jetzt specialen, aber ich will nicht, dass du eine... Endymion-Karte dir suchen kannst. Es ist... Warte, Hexer. Hexer hat verdeckte Verteidigungsposition, er ist über 2 oder niedriger. Ja. Warte. Ich wusste nur nicht, dass sie eine Karte Hexer ist. Nein. Der ist da auch drin. Ja. Okay. Es sind ein paar tolle Karten da drin. Okay. Bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Oh mein Gott. Okay. Du bist super. Oh fuck. Dann kann ich dich flippen. Wenn ich dein Effekt aktiviere, will ich dich wieder enden. Alter. Ich, ich... Ich habe hier nur Monster, die ich normen kann. Normen. Ja. Jetzt kriegst du eine Marke. Jetzt hast du schon eine von drei. Okay. Okay. Das ist cool. Dann kann ich dich aktivieren. Ach klar. Natürlich. Auch eine meiner alten Lieblingskarten. Dann kann ich Medusa dafür specialen. Und... Warte. Eine Karte zerstören. Okay. Und ein Monster. Ja, ich habe überlegt, ob ich deines zerstören will oder nicht. Aha. Fakt. Ich wusste nicht, dass du auch von der Hand seinen Effekt aktiviert. Ich dachte, es geht nur vom Friedhof. Es geht überall. Warum aktiviert jetzt meiner seinen Effekt? Nicht? Ach, in der Endphase erst. Ach so. Ups. Na gut. Das mochte ich nicht. Ja, ist eigentlich ein Vorteil. Jetzt hast du einfach eine Karte ziehen. Soll ich was? Ach so, wir mussten Hexamons noch weghauen. Ja. Und die Karte geht selber auch weg. Das ist nicht so super. Ich glaube, ich mache mal den hier. 2711. Ja. Ja. Ja, habe ich den Effekt aktivieren. Oh no, jetzt kommt Tracer. Jetzt kommt Borel Action. Das Gute ist, dass die Borels des Links sagt, eigentlich nur Level 4 sind. What the fuck ist das? Ich kenne mich gar nicht. Ich auch nicht. Was schlecht war denn hier, die man spielt. Danke. Danke. So, ja, ja, du mich auch. So war so was. Die haben auch alle Effekte, wenn sie von dem Link-Monster getargetet werden. Okay. Ach ja, machen wir das so hier. Da. Den packen wir da hin. Da machen wir eine Link-Beschwörung. Und zwar, wen nehme ich mir denn? Äh, was kannst du? Oh, der Exploder-Rocket ist ja ziemlich scheiße. Äh, warte, 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 warte. Ja, der ist doch ziemlich scheiße. Äh, den da, den. Ach fuck, ich darf da nur Rocket-Monster für benutzen. Was kann ich für den? Ah, zwei Drachen. Okay, das geht besser. Äh, klar, dann machen wir das hier. Och, der Quad-Borrel, der war da auch drin? Scheinbar. Äh, weh den da. Und dann aktiviert der seinen Effekt. Und schießt alle Karten in derselben Kolumne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das wär doof. Hey, es hat funktioniert, cool. Oh nein. Ach nee, jetzt aktiviert der seinen Effekt und kommt wieder. Oh, die Kombos. Damn. Okay, und was kannst du noch? Jetzt will ich erinnern auf Rocket-Monster-S. Was? Achso, das Link-Monster. Der sich zerstört hat dafür in der Endphase wieder ein Rocket-Monster-Special. Ja, ich kann dich noch holen. Klar, why not? Let's go, Link-3. Go, brrrr. Ich muss sagen, das sieht gar nicht mal zu gut für mich gerade aus. Ich denke auch, ich hab mich... Also, was kannst du? Warte, was passiert gerade? Äh, ich kenn die Karte noch. Die hat Weakle in ihrem Drachendeck, aber ich weiß gar nicht mehr, was die macht. Echt? Okay. Kannst du send one other face up card to control to the graveyard? Fuck, das will ich nicht. Ich will auch meine... Nein, mein Boris Supplier. Ach, fuck. Gar nicht gegen einen Token. Oh, das ist sogar gut! Ah, fuck, ich kann das Token nicht für... Ah. Doch, krass, aber die Karte brauchen 3+. Ja, ich brauche Effekt-Reiste dafür. Hier ist eine, aber auch 2+. Uuuuh. Aber das braucht Effekt-Monster, also. Wenn du mal so viel auswählen, dann extra Deck. Was hab ich? Nur eins und dann ganz viele Monster. Besser eins als keins, ne? So, wer von euch ist denn jetzt nicht komplett Bullshit? Nehmen wir dich, denke ich? Keine Ahnung, Mann. Weißt du, bist du? Den, den, den Shell Rocket. Ich kann dich nicht benutzen. Nein, mein Viech. Achso. Das ist nicht so gut. Ah, Endface. Nett. Ja. Ich hoffe, ich bin einfach nicht tot. Äh, weiß ich nicht. Ich spiel den da. Deswegen hoffe ich ja. Ich spiel den da weg. Und hab den Special. Nein, was? Achso, er geht auch. Okay, cool. Jetzt aktiviert sich noch irgendwas. Ah ja. Der ist halt so stark. Coole Sache. Und jetzt kommt Burry Sword. Ich könnte auch die Topo Logic Servor Voros machen, aber warum sollte ich das tun? Äh. Warte, ich muss... Muss ich drei Stück für den nehmen? Was steht... Wenn da dran steht 3+, brauchst du drei oder mehr Monster. 3+, Effekt Monster. Warum kann ich dann nicht einfach... Link 3 zählt als 3 oder 1 Marke. Ach, ich dachte, er kann auch als 2 zählen. Nein, es ist ein Link 3. Äh... Warum kann ich jetzt nicht nur die 3 nehmen und meinen Exploder Rocket Drachen nicht? Du brauchst halt jetzt... Wenn du ein Link 4 machen willst, wo dran steht 3 plus Monster, brauchst du jetzt 4 Monster, weil du kein Link 2er hast. Ach, ist das scheiße, ne? Was auch immer. Oder mach ich das dann trotzdem? Ja, ne, dann nehm ich halt den da. So. Ei. Cool. Keine Effekte, haha. Nett. Äh. Dann greife ich halt einfach an, so. Oh Mann, langweilig. Entschuldigung. Beim letzten Mal hast du mich zerstört. Diesmal bin ich dran. Ah, die Revanche kommt aber doch. Auf dem Fuße. Nach dem Side-Decken. Ich hab so viel Side-Deck. Das glaubst du gar nicht. Oh mein Gott, das ist... Warum ist diese Karte hier drin? Ech. Ech, ich hab so viele Fragen. Natürlich hast du Magiebuch in dem Deck. Warte, was? Ich hab aber nicht die guten Magiebücher in dem Deck. Ja, wir hätten ja auch das... Die müssten die ja irgendwie verkaufen können. Die werden wahrscheinlich irgendwann anders nochmal geprintet. Uff. Aber, aber... Ich hoffe einfach, ich zieh gleich in irgendein Monster. Ich hab einfach nur gehofft. Okay. Dass ich Sachen machen kann. Oh, das ist... Ja. Oh mein Gott. Äh. Hätte doch was anderes machen sollen. Na toll. Äh. Ich aktiviere Poly. Was? Wait a minute. Guck mal hier. Ja, okay. Was kann der? Can Target One Monster you control and don't can't your opponent controls destroy them? Ja, das klingt rough. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Die da noch. Die hatte schon wieder, okay. Ja. Was, 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 was? Ach, was, was? Nein, 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 nein. Dann dich, denke ich. Und dann greife ich einfach an. Ich will den Effekt nicht aktivieren. Ich hab keine Monster zum Schießen. Also schon, aber das will ich nicht. Okay. Dann mach ich halt dieses Summon. Fairytale Lunar, okay. Ja. Das ist bestimmt gut. Okay. Jetzt aktiviere ich dich. Und wenn du den nicht nochmal von deinem Extradeck oder Deck auf den Friedhof legen kannst, dann wird beide gebounced. Warte, ich will nicht, dass er gebounced wird. Ich aber. Ich möchte den Special Summon durchführen dürfen. Ich hab aber nicht diesen Namen nochmal. Also muss ich das wohl machen. Du zerstörst ihn lieber anders. Statt, dass er wieder im Extradeck ist. Ich hab nur zwei Polis, glaube ich. Also das andere ist so eine andere Poli, aber... Ich hab hier schon meine Gründe. Hallo. Oh, ich könnte das machen. Dann kann ich das nicht mehr machen. Das wäre dumm. Hallo. Ach Gott, das wäre so gut, das zu machen, aber ich will nicht. Das sind meine Kombos. Und was passiert jetzt? Wie dachte ich, das deckt jetzt vielleicht ein bisschen besser. Eternals und Dragonlords. Oh no, yeah, he comes. Deswegen hab ich ihn zerstört. Und, äh... Warte, muss ich nur offene Karte zerstören? Und other face up Karte. Okay, dann... Dann, nein, dann lassen wir das. Hello, hello. Ich bin der Silberraketen-Drache. Nice. Ich bin der... Fast-tote Nico. Hallo, fast-toter Nico. Na du. Ich bin öfter hier. Lass uns mal einen Borrel zusammen trinken. Jetzt kann ich's auch machen. Wirklich? Ich weiß auch nicht, warum die da drin ist. Ich spiel glaube ich super... Ich glaub nur 5 Fallenkarten und sonst nur Zauberkarten. Wow. Einfach Anti-Pendel. Du hattest auch deine Anti-Tribut-Karte, falls du dich erinnerst. Komm. Letter. Block. Ich weiß auch nicht, warum die da drin ist. Es tut mir leid. Alles gut. Vielleicht... Ich lese mir grad noch mal meine Karten noch mal durch. Mhm. Oh, ist sein Hand-Trap-Search bestimmt dabei. Was? Naja. Da sind kleine Flieger. Puh. Weg. Ich hoffe übrigens, man hört die Baustelle draußen nicht. Also, ich hab nicht. Ich hab kein Remover dafür. Hast du ein Remover für meinen Boss-Monsters, weil wenn das weg ist... Ach hier, ich hab ja noch Return of the Dragon Lords. Ach nee, es verzählt ja nicht. Es geht in Imperial Order. Darum geht es. Ja, aber wenn das weg ist, kannst du mich einfach noch mit Monsters angreifen. Die alle weniger als Hostel und Attack haben. Ach. Die sind sauberer. Die greifen nicht so an. Doch, mit dem Stab hauen die dem Drachen auf den Kopf. Ah. Psycho ist neutral gegen Drache. Also, ich krieg hier keine Spellcorder, weil ich keine Spells aktiviere. Doch, ich kann's aktivieren. Oh mein Gott. Ah nee, warte. Das funktioniert ja nicht, weil es negiert, dass ich dachte, ich hatte... Hallo. Oh. Da war ich voll gehypt, dass ich gesehen hab, dass der rauskam. Dann hab ich gesehen, es ist ein Zwillings-Monster. Zwilliger sind gut. Ja. Ja. Nami sollte wirklich mal das Zwillings-Support rausbringen. Oh shit. Was kannst du? Äh, ich hab gelesen, er hat altes 900 irgendwie. Äh, weg. Aber, aber, aber. Geh weg! Was? Was passiert hier? Er ist umregelnd vor Zauber-Effekten. Das ist bestimmt gut. Warte mal, was? Loi. Ich kann meinen eigenen Drachen beschützen. Jetzt kann ich meinen großen nicht mehr beschützen. Das ist auch vielleicht nicht so schlau. Es ist, es ist, ich hab nur Zauber-Karten. Meine Hälfte der Monster sind Zauber-Karten. Ja, gut. Ich mein, wir müssen jetzt... Aber da müssen wir wenigstens ja nochmal alle Karten sehen hier, ne? Alle. 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 Ja, fast alle. Hier, 500 ATK für dich. Nein. Yay. Oh, sogar Death. Wahnsinn. Du darfst das beenden, lustige kleine Pistole mit Beinen. Ui. Das war ja spannend. Ja. Ja, das darf ich doch wohl beim nächsten Mal wieder aussuchen. Mhm. Und wisst ihr, was kommt? Ich weiß jetzt nicht mehr, was kommt. Schadol oder... Äh, Machina. Maschinen. Äh, ich geb Schadol. Sicher? Ja, Schadol hab ich wenigstens schon mal gespielt und weiß ein bisschen, wie es funktioniert. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.